Moin Zockerfreunde, willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 oder auch kurz gesagt T'Loo 2. Und ja, wir gucken mal, bei dem war nix, ne? Wie es aussieht hier. Lev wusste ja nicht, wie das aussieht mit Infizierten, weil sie immer den Fahrstuhl nehmen. Ich tippe, wir werden auf welche stoßen. Spätestens hinter dieser Tür. Ich glaub, da sterbe ich, wenn ich da runterspringe. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay. Viel zu ruhig. Gasmaske. Gasmaske. Viel zu ruhig. Und da ich irgendwie nix höre. Und da ich irgendwie nix höre. Da kracht doch gleich einer durch die Decke. Oh. Okay. Oh ja, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Okay. Ich konnte aber da auch noch in die andere Richtung, oder? Ich guck mal eben erst mal hier. Keine Maske für Lev. Gut, dann muss ich wohl doch darüber. Wird ja sein können, dass wir recht schnell eine finden, damit er mitkommt. Aber nö. Das sollen wir erst mal alleine regeln. Let's do it. Du wirst verrückt? Frag mich mal. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Hm. Das ist nicht gut. So einiges nicht gut. Die Hütte ist total zerfallen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo gleich durch den Boden krachen. Oder die Jungs und Mädels. Oh Gott. Ähm. Durch die Decke krachen. Nee. Okay. Hier habe ich nichts übersehen. Ja. Ja. Ich glaube ja nicht dran, dass es das war. War doch klar. Na los, kommt raus. Kommt raus, spielen. Kommt raus. Kommt raus. Oh, ich hasse die Viecher, ey. Kommt, wo seid ihr? Ja. Das ist einer. Jetzt langt das aber, oder? Scheiß Viecher, ey. Fuck, 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 fuck. Ich hab was für dich. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen was. Klar. War da ein Weg nach unten? Nein. Okay. Hm? Ja. Dann gehen wir halt nach oben. Was ist das denn, der Schlag? Lef, hol das da runter. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Wann kommt es hin? Ja. Ich gehe mal runter. Sei vorsichtig. Die Frage ist, kommen wir da hin? Wie war denn das? Nee. Warum kann ich mit ihr nicht schaukeln? Macht sie nicht. Oder ich bin zu doof. Das wird lustig. Was jetzt? Komm her. Möge der Strom ruhig sein. Hm. Okay. Avery, im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten. Vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müssen das Ganze von innen einreißen. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Okay. Oh, Gott. Oh, du verdammtes Mistvieh. Das kannst du mit mir noch nicht machen. Ja, ich feiere die jetzt auch nicht unbedingt. Alter, sind das Pilzwucherungen, ey. Okay. Okay. Ah, ich hätte weiter springen müssen. Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. 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 Ich wollte sagen, ich konnte doch eben eine Schere aufnehmen da. Viel Messer. Gott. Aha, okay. Schafft er den Sprung? Ja. Verstehst du keinen Sarkasmus? Bist du Sheldon Cooper? Mann, ey. WTF? Was ist das? Ein Flammenwerfer. Boah. 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 Geht das auch so? Also. Wollt ihr jetzt nicht schon wieder das Messer verbrauchen? So. So. Hörst du mal wieder auf, wenn sie brennen? Ich muss an dir vorbei. Wo ist Lev? Aber wir probieren es trotzdem. Geht nicht. Okay. Dann ist das doch nicht der Weg. Dann war das nur die Waffe. Wie gut, dass wir hier rein sind. Äh. Ach doch, hier geht es weiter. Also. So. So. Okay. Jetzt brauchen wir noch Messer. Machen wir das mal so. Okay. Dankeschön. Das ist ätzend, Alter. Wo sind wir denn hier hin geraten? Und warum? Weil du dämliche Kuh abgerutscht bist. Wie schwindelig. Weißt du, jetzt muss ich diese Scheiße hier durchmachen. Au. Ein Schämbler. Aber... Wir haben hier unseren Flammenwerfer. Ja. Okay. Das war's schon. Sehr gut. Okay. Ich mach mal eben hier umgucken. Sehr gut. Haben wir auch schon nicht mehr. Ich hase das. Damit bist du nicht allein. Okay. Drei, zwei. Okay. Komm raus da. Scheiß Klugscheißer. Dann haben wir dann noch Sprengradius. Genau das wollten wir noch. Zack. Können wir uns als nächstes hier rum kümmern. Schnellere Zielbewegung. Was haben wir hier noch? Ich guck nochmal eben rein. Impuls. Ja, verwässerte Medikits. Da sollten wir auch nochmal hingehen. So. Zwei Schuss noch für die Flinte. Na gut. Wir haben auch noch Brandmunition. Es ist so böse. Wie zugewuchert dieses Scheißgebäude hier ist. Da klebt da noch einer an der Wand. Nö. Voll. Ich könnte mich mal heilen. Sehe ich gerade. Auch er ist schon vorgelaufen. Ein Stück. Das Bett sieht aber gemütlich aus. Ist doch noch gut, oder? Wie wäre es mit einem kleinen Nickerchen? Bei dem wir dann angenagt werden. Ich würde dich vorbei wollen. Je weiß keine Ahnung. Wir dürfen dich nicht mehr an Carolyn. Wie wäre es mit einem kleinen Nickerchen? Boah, das ist echt so zugewuchert hier. Leichter Pilzbefall, ne? Das kriegen wir schnell hin. Auffällig ist anders. Er ist recht entspannt, fast unten. Du hast ja wohl auch Lack gesoffen, oder? Ich wollte gerade sagen, schön ist, hier ist kein Pilzbefall mehr. Da habe ich mich aber zu früh gefreut. Irgendwie war das, achso. Hm, warum liegt hier Brandmunition? Hm. Natürlich kann ich auch nicht lauschen. Fuck. Fuck. Shit. Es sind zu viele Dämonen. So weiter nach einem Weg hier raus. Ja. 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 Wir haben ja wieder Messer, ne? Ja. 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 Das tut mir leid, ich muss mich hier umgucken. Das ist nun mal so. Äm ... Das war's für heute. Gucken, wo es raus geht, können wir nebenbei natürlich trotzdem. Hier nicht. Da geht es raus. Ich würde aber gerne nochmal auf die andere Seite gehen. Das Schöne ist, wir haben keine Stalker hier. Weil die hätten uns jetzt schon lange gesehen, auf jeden Fall. Da geistert noch einer rum. Hier klebt wahrscheinlich gleich noch einer in der Wand. Nö. Und da kommen wir ja. Und da kommen wir ja. Natürlich. Das ist nie Drecksau, da. Wir haben es geschafft, der große Dämon ist tot. Ja, ist er. Na los, bist du gebissen worden? Nein. Und du? Nein. Ich bin sauber. Versprochen. Das war nur ziemlich viel. Du warst gut. Jetzt hätte ich es geahnt, ne? Kommt noch so ein Pisser aus der Wand. Und im Endeffekt gibt es ja jetzt nicht mal mehr was zu holen, wa? Also wir hätten uns doch auch einfach verpissen können. Verdammt, scheiße. Oh. Die nehme ich mit. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Und ich würde sagen, weiter runter. Und zwar in der nächsten Folge. Ich verabscheue mich. Und bis denn. Ja, weiter. Okay. Dann gehen wirsur. Dann gehen wir her up. Dann gehen wir mal hier. Dann gehen wir careerем super.